Hallo und willkommen zurück zu Rocket League Danke Ah Doktor hat mir gefehlt Es ist so ungewohnt mit Doktor Ich krieg's immer noch nicht auf die Kette Ist das gut? Nee Oh Ah den hat er von mir Den krieg ich aber nicht Hält sich nie gut an Nee sorry Nicht schlimm, die fliegen aber ganz schön gut hier Und der hat auch noch grad zu gerickt oder? Ich hab's nicht gesehen aber Na schade Egal 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 Ich weiß nicht ob's gewollt worden Sagen wir einfach mal ja Dann hört sich's besser an wenn wir gewinnen Richtig Äh so so Autsch Geben Boost holen Spoo Ja ich auch Ja Spoo setzt sich da durch Die Frau im Haus Wie sie alle ausgespielt haben an der Bande Ja das ist halt mein Hase Die hat's einfach drauf Nachdem ich mein Titel erzeugt Wie wir chillen jetzt einfach nur noch hinten und Spoo macht vorne alles Ja das stimmt Nee 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 das ist schlechter Plan Ich will mir kurz Boost wenn's hier irgendwo mal gibt Ich hab immer noch keinen Boost Alter Uiuiuiui Ja das macht der gerne Ja das hat er bei mir vorhin auch schon gemacht Ja das hat er bei mir vorhin auch schon gemacht Ja das hat er wirklich Ah Ok den hab ich gerade im Auge Alles klar Wart mal ab Wir sehen uns nochmal Oh sorry Achtung Schön Oh, der ist drin. Nee, ich komme nicht dran. Sorry, ich dachte, den hast du. Ich auch. Deiner Chili. Sehr schön. Oh ja. Nichts passiert. Bin gut versichert. Ich komme mal kurz Boost. Dann kommt es zu uns. Jo, dann hat der Spoof von mir. Ui. Okay, so langsam sollten wir von unserem Tor mal weg. Das wäre ganz nett. Ja, genau. Und jetzt denke ich, oh, sorry. Der ist nicht da. Oh, jetzt dachte ich, der hat den. Der geht nicht rein. Ja, das war schon. Ui, ui, ui. Nein. Arsche. Ach. Hab ich. Macht nix. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Ich komme nicht über die drüber. Achtung, der kommt zu uns. Ich hab nur 12 Boost. Den hab ich. Ja. Ja. Nein, schade. Aber auch schlecht. Oh, der kommt zu uns. Oh ja. Ja, 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 ja. Oh nein. Da komme ich nicht dran. Oh Mann ey. Ja. Nein. Was tut? Ja. Was, der war voll mehr dran? Och, der Typ, der geht mir langsam so ein bisschen auf den Pimmel. Wie der ist ständig rumgefliege. Ja, bin ich nicht dran. Ja, genau so. Ich hab mal eben Müllbeseitigung betrieben. Ja, zu Recht. Okay, jetzt vor. Oh, das, nee, da bin ich zu spät. Schön. Nice, nice, nice. Wie. Hier werden die Spiele nicht entspannt, da hab ich das Gefühl. Ja, ich dachte auch so, irgendwann so, ah gut, jetzt wird ganz gemütlich hier und blöd. 2-2, noch eine Minute. Nur mit Boost. Ah, jetzt hab ich mich selbst angeschossen. Ich bin so dämlich. Der war gut vom Spoo. Schön. Den hab ich. Komm mit dir. Ja, der hat er aber. Ah, der. Mach nix. Nein. Schu. Pfff. Das ist so klar. Mich hätt's, mich hätt's gewundert, wenn er reingegangen wäre. Sehr schön, Spoo. Oh, den legt er auch für dich, Chili. Jawohl, sehr schön. Warte. Sieht doch eh gut aus. Sieht doch eh gut aus. Das ist auch ein Problem, man, da regnet es doch nicht so auf. Okay, das sieht nicht gut aus. Ich bin im Tor. Schön. Schön. Hörst du? Ich bleib. 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 Oh, je, je, falsche Richtung. Äh. Hab ich. Auch nicht weit. Ich wurde schon wieder... Gekickt. Oh, Sophie Spoo. Komm. Lass auslaufen, lass auslaufen, lass auslaufen. Ich dachte, man würde ich mir noch einen verschießen. Och, guck. GG. War gut. Ja. Ah, kann man mal machen. Pru? Ne, Spoo, nicht Pru. Nee. Aber cool, okay. Wir klären ihn nochmal auf. Sowieso dann gleich die nächste Mannschaft. Den nächsten, die wir zerlegen, oder? Komplett auseinandernehmen. Das ist brutal. Lagen wir 2-0 hin oder 2-1? Der hat aber reingeschissen. Schau. Ach, schade, ich wollte kein Schre... Äh, blablabla, beschreiben, schau bei uns vorbei. Der hat aber reingeschissen. Fand ich gut. Ich hab der hat aber reingeschissen. Das ist gut. Mit deinem Namen. Ja, mein zweiter Name. Mein zweiter Kanal, dann. Sildi, kommt zu dir? Äh, yo, ich stehe im Tor. Alles gut. Okay, mit Angriff haben die jetzt zumindest bis jetzt noch nicht so viel zu tun. Ich hab halt keinen Boost mehr. Ja, ich hab kein Boost mehr, ich hab kein Boost mehr, aber ich hab's verbucht. Hm, hast du? Gut, nice. Hab ich? Mhm. Den krieg ich? Na, den krieg ich? Scheiße. Okay. Die haben auch nicht gescheit. Bin verwirrt. Oh, der war knapp. Du, du, du. Hätten fast noch vor mir gehabt. Komme ich jetzt da vorbei? Ist einer hinter mir? Jo. Sorry, ist gut. Komm mit in die Mitte. Ja, ist gut. Schade. Ah, ich dachte, ich kann mit der Passe. Oh, der haut mich wieder weg. Mann! Warte doch mal bitte auf, jetzt wieder scheiße. Oh, ich sehr schön. Oh, schön. Okay, jetzt langst du. Oh Gott, ey. Bisschen gleich hinten raus. Oh, sorry. I'm so sorry. Ich bin nicht schlimm, weil mein Bruder. Ich weiß nicht, was ich da gerade gedacht hab. Fuck. Ist doch schon total wir hingefahren. Mann. Alles easy. Gehen wir hin, oder? Ah, pass mal was von... Und... Haben wir noch ganz andere Spiele gewonnen. Der kommt, der kommt. Ja. Ah, zu hoch. Er ist drin. Oh, nein. Sorry, Spur, hab dich verwirrt. Komm nochmal, Chili. Ja. Ach, nee. Gerade. Ich bin schon gekommen. Aber, sorry, ist noch nicht so. Kommt. Nein. Nein. Ich bin schneller dran. Nein. Ich komm schon wieder nicht dran. Aber, die anderen auch nicht. Kommt doch mal. Kommt doch mal. Ach. Doch mal. Nein. Sorry. Oh, jetzt wird's aber ein bisschen aufregend. Okay. Kommt vor, kommt vor. Ich hab keinen Boost. Ich hab keinen Boost. Oh, Mann. Ich wär für unendlich Boost. Alles nicht. Schön, Spur. Oh, schade. Alter. Ich wär dich rumgekickt. Ja. Willkommen. Sehr schön. Oh. Oh. Versuch mit der. Oh, der kommt scheiße. Er war vor mir. Schön. Komm hier nicht dran. Sehr schön. Oh, yes. Yes. Komm, 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 komm. Jawohl. Nice, 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 nice. Das war ganz schön knapp am Ende. Oh. Oh, ho, 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 ho. Ja, ne. Aber war gut, war gut. Er hat sogar noch für die Sara. Die Sara. Nö. Nö. cool aus. Ja, aber, es hat nicht wirklich viel gebracht. Ich komm wieder nicht hin. Ist einer der Tor? Ja. 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 Ja, alles gut, alles gut. Ist nicht dran. Nein, nicht wirklich. Oh, oh, ho, 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 ho. Hab ich. Okay, gut, nice. Den auch. Oh, sehr schön. Aber der Dritte. Shit. Schade. Oh, das sind jetzt aber auch zwei enge Matches. Also, Lecomio hier. Aber wenn es heute auch noch 11 Sekunden, bitte, das bin ich gar nicht gewöhnt. Ja, du, da hört. Haha. Sehr schön. Kommt, jetzt gehen wir aber voll drauf hier. Och, hast du. Okay. Nein. Hat den anderen noch in den Fall reingekickt. Ah, schade. Ja, der eine war irgendwie nur für wegkicken, da hab ich das Gefühl. Ja, wegkicken und abstauben. Irgendwie. Aber, ich bin mit der einen Liga runter. Ich auch. Es geht ja eine Liga hoch, wenn er verliert. Nee, diesmal nicht. Ach so, diesmal mal nicht, okay. Dann würde ich sagen, warst du es auch wieder für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut da rein und tschüss. Ciao. Tschüss.